Achtung, dieses Video könnte asozial und ziemlich, ziemlich beschissen und wackelig sein. Sollen Sie es dennoch wagen, es sich anzuschauen, dann haben Sie leider Pech gehabt. Wie gesagt, wenn Sie es gucken wollen, können Sie es gucken und wenn nicht, schalten Sie jetzt ab. Und für die Leute, die es trotzdem schauen wollen, viel Spaß! Das ist ein Riemen, das ist ein Riemen. Make the least, we're going, this is my, we're going. I've been waiting to finish things with you for a long time. You filthy rat, I'll shut that mouth of yours please. Wait for it. Watch the way that a razor clicks his door. Come on, Sonic. Back and face me. Aha! It's working! Now I'm going to get you set up! Ha! It's looking bad. Four people attacks confirm me. Take this! Come, you filthy rat. And face me. Take this! 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 What's wrong, Embracer? You don't look so good. Enjoy your moment of pride, rat. It shall be your last. It shall be your last. Fire sounds, I am sorry. It shall be your last. Time and face me. Oh, Sonic. And face me. Protect the way you got. Everything is fixed. The morning's here. The morning's here. Attack the way you got. Oh, let's go. Das war's. Das war's! Aha! Es war's! Now I just have to see that! Ha! Insulin best! Fertile attacks cut up our feet! Come, you filthy rat! And face me! What's wrong, Brazier? You don't look so good! Enjoy your moment of pride, rat! It shall be your last! Come, Sonic! And face me! Good day! Close your eyes! Get away! Let 보여us! Come, Sonic! Watch the way they're raged! Someним dress! I'm complaining! Yeah! Ahhhhhhhhhhhh!!! Watch! Stopp einfach, Junge. Ich spiele Kinds vor jeder, aber ist mir egal, ich will es dir noch zeigen. Stopp endlich, man, du behinderter Geist, man schlägt keine Igel. So wie Leute, ey, ich wollte ruhig sein, aber das ist mir erst oft jetzt zu blöd, die ganze Zeit zu sterben, ey, das ist so, ne, das ist so, ne, ach, leck mich doch, ey, wenn ich noch schaffe, das Video ist ein Mann, das Video ist schon über 5 Minuten, ey, ich will eigentlich den Kampf zeigen, ey, wenn ich den endlich mal totkriege. Ich, ey, es ist ein Wunder, wieso ich das damals mal geschafft habe, ich habe das Spiel schon längst durch, keine Sorge. Der letzte Finale Kampf ist sowieso schon asozial genug, ey. Ne, komm, ne, äh, äh, sorry Leute, aber, ne, das kann ich mir nicht noch weiter antun, wir sehen uns bis zum nächsten Mal, ciao. Okay, doch Leute, das war es jetzt wirklich, ich habe es jetzt doch endlich geschafft, ey, wird ja auch mal Zeit, aber ich hatte verfickt nochmal Bronze. Scheiße, ist zwar auch noch okay, aber, naja, jeder kennt es zwar trotzdem das Spiel, aber das ist mir vollkommen egal, ich wollte es trotzdem zeigen. Es sieht zwar scheiße aus, auch wenn es die ganze Zeit so verfackelt, scheiße war, ich kann es halt nicht ändern, ich habe halt keine Capture gehabt, weil ich zu armen bin. Ne, ne, Spaß, aber ich brauche, ich brauche trotzdem jetzt ein bisschen Geld. Ähm, ja, dann, ähm, ich weiß nicht, ob, naja, mal schauen, oder so, vielleicht werde ich heute noch was aufnehmen, ich weiß es noch nicht so genau, aber es wird noch Dings kommen, bei Phoenix 2 kann man, kann man nicht einfach so über Off-Topic reden, weil man die ganze Zeit eh noch was zu lesen hat und dann muss man noch nachdenken, was alles passiert und so und so. Das könnte ich, das könnte ich über, ähm, na, Mario Kart 7 noch reden, aber das kommt halt auch noch, der erste Part ist ja auch schon vor zwei Wochen alt. Und, ja, mal schauen. Was ich wenigstens sagen wollte, das kann ich wenigstens hier schnell sagen. Ähm, mach trotzdem erstmal weiter hier die ganze Zeit hier. So. Habt's zwar leider nicht gesehen, aber ihr kennt's sowieso alle, aber naja, egal. Jedenfalls wollte ich sagen, der... Ja, egal, egal. Spiel, ich hab schon dort gespielt. Nein, überspringen. Ich mach jetzt nicht das Dings hier, wenn ihr das jetzt haben wollt. Okay, gut, so. Boah. Ich will jetzt sagen, das wär's jetzt noch gewesen. Nö, kein Bock drauf. Ähm, jedenfalls, um endlich mal auf den Punkt zu kommen, der sechste Part von Super Mario Bros. 3 ist ja auch schon über einen Monat alt. Ähm, haben wir jetzt schon eine neue Woche oder so? Nö, es ist Samstag, ne? Also noch über ein Wochenende. Vielleicht kommt noch diesen Wochenende. Oder ja, ab Montag mal schauen, wie ich grad Zeit hab. Ich hab mir auch vorgenommen. Ähm, nee, das... Nee, das sag ich später, wenn ich sowieso mal Mario Bros. 3 aufgenommen hab, weil... Dann soll das Video ein bisschen so lange. Ich glaub, das ist jetzt schon über sieben Minuten lang, weil das ist jetzt noch so ein extra Video. Eigentlich noch zu dem, aber wo ich gesagt hab, hier tschau und so hab ich ja das jetzt schon auf stopp getippt. Deswegen schneide ich das einfach dazu und ihr seht es als komplettes Video. Und so. Naja, jedenfalls, ähm, wenn ich's noch schaffe, dann wird ihr noch, ähm, dieses Wochenende noch Part 7 von Super Mario Bros. sehen. Das wollte ich eigentlich sagen, um endlich mal auf den Punkt zu kommen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal sehen wir uns. Bis zum... Och, Mann. Immer diese Versprecher kurz zum Schluss, Mann. Wir sehen uns bei einem nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Euer Alisa42301. Tschau, Leute. Macht's gut.